Level up German. Slow German. Max und Jonathan sitzen im Wohnzimmer. Es sind heute 36 Grad. Die Balkontür steht weit offen und ein Ventilator läuft auf höchster Stufe. Boah, mir ist so heiß, beschwert sich Max. Ja, ich glaube, ich brauche eine Dusche, sagt Jonathan. Schon wieder? fragt Max. Du hast heute schon dreimal geduscht. Ja, und, reagiert Jonathan genervt, was ist das Problem? Du verbrauchst zu viel Wasser, erklärt Max, während er aufsteht. Er geht zur Küche, öffnet den Kühlschrank und atmet erleichtert auf. Oh ja, viel besser. Jonathan kommt auch in die Küche. Wusstest du, wenn du den Kühlschrank zu lange offen stehen lässt, wird alles wärmer. Spielverderber, krummelt Max. Er will die Kühlschranktür wieder schließen, doch Jonathan hält ihn auf. Warte, sagt Jonathan. Was? fragt ihn Max. Gibt es noch Bier? Ja, genau zwei Flaschen. Gut, erklärt Jonathan. Lass uns die zwei Bierflaschen einpacken und dann fahren wir zusammen zum See. Das ist eine gute Idee, findet auch Max. Und, hast du den Text von heute verstanden? Super! Auf levelup-german.de habe ich dir eine Aufgabe, eine Übung zu diesem Text vorbereitet. Außerdem findest du dort auch die MP3-Datei und die Transkription zum Download. Wir hören oder sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao!